Ziele erklärt Ich darf Sie alle drei ganz herzlich willkommen heißen im Studio Genauso liebe Zuschauer haben wir auch das Publikum wie immer in unserer Sendung Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie eine Frage haben, natürlich andere Experten die Frage zu stellen Ich bitte Sie dann kurz aufzuzeigen, damit das Mikrofon ein bisschen an Sie gereicht werden kann Ja, dann wollen wir die Thematik auch angehen, die Diskussion beginnen, Sadiq Anfangen wollen wir über eine Persönlichkeit, die aus Griechenland kommt Es ist der große Philosoph Sokrates Er wird als einer der bedeutendsten Philosophen auch angesehen, der die abendländische Philosophie grundlegend auch geprägt hat Sadiq, meine Frage an dich wäre, was waren denn so seine Ansichten über Gott? Ja, danke In der Tat, was dann war Sokrates einer der bedeutendsten Philosophen aus Griechenland Er hat von 423 bis 399 vor Christus gelebt Und praktisch fast alle antiken Philosophen haben sich auf ihn berufen Und sein Einfluss war so groß, das geht daraus hervor, dass praktisch die großen Denker, die griechischen Denker vor seiner Zeit als Vorsokratiker bezeichnet werden Selbst in der heutigen Zeit ist sein Einfluss sehr groß und es wird eigentlich als eine unauslässliche Voraussetzung betrachtet Wenn man sich mit der Philosophie befasst, dass man seine Werke liest Der Kernpunkt seiner Philosophie war halt die Frage nach dem Guten und nach der Tugend Und was er ganz stark betonte, war halt das klare Denken und die Vernunft bei all seinen Ansichten Und er pflegte halt seine Ansichten und seine Philosophie an öffentlichen Plätzen in Athen zu predigen Und jetzt nur mal auf deine Frage zurückzukommen über sein Gottesbild Es war so, dass er sich halt ganz stark von dem damals vorrichtenden Götterkult der Griechen, von dieser griechischen Mythologie distanzierte Und deshalb war er auch vielen Politikern ein Dorn im Auge Und deshalb wurde er dann auch angeklagt, dass er die Jugend verführe und die Götter missachte Und deshalb wurde er dann auch verurteilt und musste den Schillingsbecher zu sich nehmen Und was wir halt über Sokrates wissen, ist halt alles überliefert durch seine Schüler Er hat selbst nichts niedergeschrieben Einer seiner berühmtesten Schüler war Platon Und er hat auch die Verteidigungsrede, die Sokrates bei dieser Anklage gehalten hat, dann niedergeschrieben Die dann als Apologie des Sokrates bekannt ist Und wenn man sich diese durchliest, geht auch ganz klar dadurch hervor, dass er an den einen Gott glaubte Und aus dem Glauben praktisch an diesem einen Gott heraus schöpfte er die ganze Kraft und Stärke für sein Handeln Und alles Weltliche hat er halt stets dem Göttlichen untergeordnet Und dazu habe ich hier ein Zitat aus dieser Apologie, die ich eben erwähnte Da sagt Sokrates zu den Athenern Also auch hier sehen wir, dass er sagt, dass er Gott halt mehr gehorchen wird Und dass er praktisch die Inspiration für sein Handeln, für seine Philosophie halt aus dem Gott heraus gewonnen hat Weiterhin sagt er in der Apologie, wenn er über Tugend spricht So sagt er So werde ich mit Jungen und Alten, wie ich sie eben treffe, verfahren Und mit Fremden und Bürgern Umso viel mehr aber mit euch Bürgern, als ihr mir näher verwandt seid Dann sagt er Denn so wüsstet nur, wie viel ist der Gott Das heißt, sein ganzes Tun, sein ganzes Handeln ist auf Geheiß Gottes gewesen Und weil Gott ihm das befohlen hat, hat er es getan Und weiterhin sagt er Und ich meines Teils glaube, dass noch nie größeres Gut dem Staate widerfahren ist Als dieser Dienst, den ich dem Gott leiste Das heißt, sein ganzes Handeln, sein ganzes Philosophieren Der Grund für all das Ganze war halt, dass Gott ihm das befohlen hat Und er hat es praktisch als seinen Dienst angesehen, den er für Gott getan hat Vielen Dank, Herr Sadek Das heißt, Sokrates war auch jemand, der sich mit einem göttlichen Wesen auseinandergesetzt hat Und nicht nur das, dass er auch weitenteils dazu geneigt war Dass er gesagt hat, es gibt einen Gott Und hat dementsprechend, wir haben das auch eben gehört von dir Vielen Dank, Sadek Schade, hin und wieder sieht man, dass Forscher in der heutigen Zeit Durch diese Neuarten von Wissenschaften und diese Forschungen, die sie machen Sich immer mehr die Welt mit der Wissenschaft erklären Und sagen, distanzieren sich quasi von dem Glauben an Gott Gibt es aber auch Forscher, die gegen diese Art von Meinung Oder gegen diese Aussage sich orientieren Und wird etwas anderes darbieten? Vielen Dank, Herr Schlahn, für die Frage Tatsächlich stimme ich dir zu, dass es Wissenschaftler gibt Die durch intensives Arbeiten mit der Wissenschaft Durch neue Entdeckungen sich die Meinung formulieren Es gibt keinen Gott, ich kann durch Experimente, ich kann durch Belege Und neue Entdeckungen die Welt mir selbst erklären Ich benötige dazu keinen Gott Aber es gibt tatsächlich nicht nur einige wenige, sondern zahlreiche Wissenschaftler Die entgegen diesem Strom schwimmen Und sagen, dadurch, dass wir uns mit der Wissenschaft beschäftigen Bekommen wir nur noch mehr Belege dazu, dass ein Gott existiert Ich will das am Beispiel von Sir Isaac Newton festmachen Newton wurde 1642 in Woolthorpe in Lincolnshire, England geboren Und begann früh mit seinen Studien Und alle Welt kennt diesen Mann Und Sir Isaac Newton steht für Fortschritte in der Mathematik In der Integralrechnung, in der Differenzialrechnung Und für seine Arbeiten mit Philosophie und Theologie Und auch physischen Dingen Er ist der berühmte Mann, der die Gravitationskraft entdeckt hat Wir kennen die Geschichte, wo er einen Apfel vom Apfelbaum runterfallen sieht Und später dient ihm dieses Geschehnis, was er da beobachtet hat Als Indikator dafür, dass er die Gravitation tatsächlich entdeckt Wenn man sich das anschaut, dann ist diese Person, Newton Weltbekannt für diese Dinge, die ich eben genannt habe Aber neben dieses Leben als Wissenschaftler und als großartiger Entdecker und Physiker Lebte Newton ein sehr gottgläubiges und religiöses und frommes Leben Was im Allgemeinen nicht sehr bekannt ist Und darauf will ich jetzt mal mein Augenmerk legen Durch seine Arbeit mit der Physik und mit dem Licht und mit dem Kosmos Kam er sich so vor, als würde er sich Gott noch nähern Weil er diese Welt im Detail noch versucht hat zu verstehen Ich zitiere Newton Dieses wunderschöne System der Sonne, der Planeten und Kometen Konnte nur von dem Rat und der Herrschaft eines intelligenten Wesens stammen Dieses Wesen regiert alle Dinge als Herr über alles Also ein Zitat, was uns eindeutig belegt, dass dieser Mann fromm war Trotz seiner Entdeckungen sich nicht von Gott entfernte Sondern sich zu ihm noch näher hinzugezogen fühlte Als Lange passiert es oft, dass Menschen, die ein schwieriges Leben führen müssen Denen viele Hürden im Leben begegnen Oder die viele Laster und Leid ertragen müssen Dass sie sich von Gott anfangen zu entfernen Und vielen Forschern geht es genauso Auch Newton hat ein sehr erschwerliches Leben gehabt Seine Art zu denken über die Wissenschaft War eine ganz andere als die seiner Mitstreiter zu seiner Zeit im späten 17. Jahrhundert Und deswegen wurde er nicht gleich akzeptiert Sondern seine Ideen galten als neuzeitlich und nicht belegbar Aber trotz dessen, dass er keine Hassgefühle gegenüber Gott entwickelt Weil es kann ja passieren, dass Menschen, die ein schwieriges Leben führen Auf der einen Seite sagen können, es gibt keinen Gott Denn wenn es einen gäbe, würde es mir nicht so schlecht gehen Oder sie behaupten, wir brauchen Gott nicht dazu Wir können ja diese Prüfungen selbst bestehen Aber Newton war jemand, der Gott verantwortlich machte für seine Prüfungen im Leben Und dass er diese Prüfungen als Medizin ansah Ich zitiere erneut Newton sagt Prüfungen sind Medizin, die uns unser gnädiger und weiser Arzt gibt Nämlich Gott Weil wir sie brauchen Und er teilt die Häufigkeit und ihr Gewicht so ein, wie es der Fall erfordert Also auch aus diesem Zitat geht ganz deutlich hervor Dass ein Mann, der bedeutende Fortschritte in der Physik Bedeutende Fortschritte in der Mathematik der Welt gegeben hat Und ein Element, die Gravitationskraft entdeckt hat Worauf sich die ganze Welt stützt Sich nicht von Gott entfernt Und dann durch seine Entdeckungen sich noch mehr zu ihm hinzugezogen fühlt Und noch mehr noch gottgläubiger und frommer wird Gut, vielen Dank, Schei Das heißt, wir sehen Isaac Newton Der auf jeden Fall einen Namen hat Er war jemand, der durch die Forschung nicht weg von Gott gegangen ist Sondern erst dadurch vielleicht gestärkter an die Beziehung zu Gott gelebt hat Und Gott erkannt hat Gut, liebe Zuschauer Wenn wir über Persönlichkeiten reden Über große, berühmte Persönlichkeiten reden Dann dürfen wir einen in Anführungsstrichen Universalgenie nicht außer Acht lassen Und sicherlich auch deshalb nicht, weil er die deutsche Kultur sehr geprägt hat Und zwar rede ich von Johann Wolfgang von Goethe Dana, das wäre auch meine Frage an dich Johann Wolfgang von Goethe Was war er, wie war sein Leben Und vor allen Dingen, was war seine Beziehung zu Gott Oder wie sah die aus? Also ich danke dir erstmal Du hast völlig recht, dass du sagst, dass Goethe ein Universalgenie war Denn er war nicht nur ein Dichter Sondern er war auch ein Schriftsteller Ein Kunstkritiker Ein Naturwissenschaftler Und natürlich auch ein Staatsmann Er hat nicht nur den Sturm und Drang geprägt Sondern er hat auch die Weimarer Klassik geprägt Er war sozusagen die Lichtgestalt der deutschen Literatur Er verfasste viele dichterische Werke Auch Dramen und Proserwerke Und eines seiner bekanntesten Werke Die Tragödie Faust Ist allen bekannt Und durch die hat er auch Eine solche Ebene erlangt In der er auf der Weltliterarischen Ebene Zu den Höhepunkten zählt Und wenn wir nun seinen Bezug zur Religion ansehen, betrachten Dann sehen wir, dass sich Goethe Über sein ganzes Leben hinweg Mit der christlichen Religion Aber auch mit anderen Weltreligionen sich befasst hat Und mit deren theoretischen Interpretationen sich auch befasst hat Die wir natürlich dann in seinen Werken wiedersehen Seine Sprachmächtigkeit oder seine Kunst und Ästhetik Um sie verstehen zu können, ist es für uns notwendig, dass wir uns mit dem Thema Religion befassen Denn ohne diese können wir seine Werke nicht völlig verstehen Was wir aber festhalten müssen ist Dass Goethe Da er ja sehr hingezogen zu der christlichen Religion war Nicht durch die christliche Religion Zufriedengestellt war Denn Thomas Thielicke schreibt Goethe nimmt in seiner Stellung zur christlichen Religion Und ihren Vertretern Immer wieder die Position eines Wohlwollenden und einfühlsamen Beobachters ein Eine Distanz eines Außenseiters Also darauf sehen wir wieder Obwohl er einen großen Bezug zu der christlichen Religion hatte Dass er nicht wirklich dadurch befriedigt war Vielleicht ist ja das genau der Grund Warum sich die Experten darüber unsicher sind Oder es ihnen rätselhaft ist Wie denn Goethe zu der widersprüchenden Religion war Aber was wir festhalten können ist Obwohl er sich von dem Christentum etwas distanziert Dass es ihm in diesem Augenblick umso wichtiger war Dass er nach der wahren Religion sucht Dass er nach der Religion selbst sucht Und wenn wir das im Hinterkopf behalten Dann sehen wir, dass Goethe in seinen Werken Das Wort Gott verhältnismäßig selten verwendet Er gebraucht vielmehr Umschreibungen Er redet von Die allmächtigen Mächte Der Ewig eine Das Unendliche Die Weltenseele Und natürlich bezieht er sich auch direkt Auf Gott in seinen Werken So schreibt er Wäre nicht das Auge sonnenhaft Die Sonne könnte es nie erblicken Lege nicht in Gottes eigene Kraft Wie könnte uns Göttliches entzücken Was Goethe uns damit sagen möchte Ist, dass wir ein Teil Gottes sind Dass aber auch die Natur ein Teil Gottes ist Und dass wir deshalb in der Natur Nicht nur uns selbst wiedererkennen Aber dass wir auch sozusagen in der Natur Gott wiedersehen Aber das, was er nicht sagt, ist Dass die Natur fähig ist Das Wesen Gottes als Ganzes zu verkörpern Denn die Natur kann uns nicht alles erklären Sondern er sagt vielmehr Dass wir uns auf einem Pfade bewegen Wo wir durch die Natur Zwar Gott näher kommen Aber durch die Erkenntnisse Die wir dadurch erhalten Dass sie beschränkt sind Dass wir Gott so nicht erreichen können Er sagt an einer anderen Stelle Kein organisches Wesen entspricht ganz der Idee Die zugrunde liegt Hinter jedem steckt die höhere Idee Das ist mein Gott Das ist der Gott Den wir alle ewig suchen Und zu erschauen hoffen Aber wir können ihn nur ahnen Nicht sehen Was Goethe nun damit sagen möchte Ist, dass wir das Wesen Gottes Nicht als einen Körper sehen können Sondern vielmehr verkörpert das Wesen Gottes Die Natur Aber nicht nur die Natur Sondern auch durch andere Aspekte Sodass wir ihn ahnen können Ihn fühlen können Ihn spüren können Ihn durch die Natur wiedererkennen können Aber dass er vielmehr So die Funktion einnimmt Wie die Weltenseele Dass wir sie spüren Dass wir von ihr beeinflusst werden Dass wir durch die Gefühle Auf sie aufmerksam gemacht werden Und das ist unter anderem Der Grund für Goethe gewesen Dass er durch seinen Glauben Sich auf eine Zukunft Sich eine Zukunft erhoffte Die für ihn darauf basierte Dass er sich auf Gott verlassen kann Er schreibt nämlich an einer anderen Stelle Willst du glücklich leben Lasse niemanden Hasse niemanden Und überlasse die Zukunft Gott Also das was letztendlich Goethe Uns sagen möchte ist Dass er den Sinn des Lebens Vielleicht so betrachtet Dass der Mensch Bemüht sein sollte Dass er sich dem Willen Gottes beugt Und stets sich bemüht Gott zu suchen Aber da ist es ja Für uns nicht möglich Durch die Natur Gott zu erfahren Dass wir Dass wir vielmehr Eine interessante Antwort Über Johann Wolfgang von Gürde Scheidt Ich würde nochmal gerne Auf dich zurückkommen Atheisten erklären Oftmals als Hauptargument Für das Nicht-Dasein von Gott Sie sagen Sie sagen es kann ja alles Auf der Evolution basieren Und begründen ihre Antwort Quasi für das Nicht-Dasein Mit der Evolutionstheorie Aber wie ist es eigentlich Mit dem Begründer der Evolutionstheorie Was war sein Glaube an Gott Und vor allen Dingen Wer war das denn überhaupt Vielen Dank Herzlichen Dank Für die Frage Der Begründer der Evolutionstheorie War Charles Darwin Er lebte von 1809 bis 1882 Und wenn man sich sein Leben Und seine Ansichten Bezüglich Gott näher anschaut Und studiert Sieht man Dass die Atheisten Die Theorie von ihm Die Evolutionstheorie Völlig zweckentfremdet haben Also das Leben von Charles Darwin Ist geprägt von dem Glauben an Gott Von einem tiefen Glauben an Gott Und deswegen kann man Und er war auch selbst der Meinung Dass seine Theorie Nicht seinem Glauben an Gott Widerspricht Und dem Weg steht Dass man an einen Gott glauben kann Und gleichzeitig auch In die Evolutionstheorie Und Charles Davins Leben Ist durchaus Über das gesamte Über seine gesamten Forschungsarbeiten Über seine Arbeit mit der Flora Mit der Fauna Mit der Artenvielfalt Der Erde Und seine Weltumsegelung Die er durchgeführt hat Haben ihm immer dazu Verleitet Daran zu glauben Dass ein Gott Derjenige ist Der der Indikator Für all das ist Bei seiner Arbeit Schreibt er Die Unmöglichkeit Dass Gott das alles initiiert hat Und wie es üblich ist Bei Forschern und Wissenschaftlern Dass sie eine gewisse Zeit An etwas glauben An etwas festhalten Und wiederum in der Zukunft Gewisse Theorien verwerfen Gewisse Theorien neu aufarbeiten Und das Neues Glauben Hat Charles Davins Hat Charles Darwin Neben seinen Forschungsarbeiten Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit Auch seine Glauben an Gott Erweitert Verändert Und anders formuliert Und deswegen Finden wir ein Zitat von ihm Wo er sagt Ich kann das Universum Nicht als Resultat Blinden Zufalls ansehen Gleichwohl Kann ich im Detail Keine Evidenz Von einem wohl Von einem Wohltuenden Plan sehen Also Auf der einen Seite Sieht er Gibt er zu Dass es einen Gott gibt Dass nicht alles zufällig entstanden ist Aber er kann Keinen Plan Keine Vorsehung Von Gott sehen Wie er in dieser Welt eingreift An einer anderen Stelle Sagt er aber Ich neige dazu Alles so zu betrachten Als Folge ist den Gesetzen Des Schöpfungsplans Während die Details Dem überlassen bleiben Was wir zufallen nennen Also genau entgegengesetzt Der Aussage Die ich vorhin genannt habe Und Jetzt wäre es leichter Nicht zu behaupten Die Persönlichkeit Von Charles Darwin Ist gespalten In Bezug auf den Glauben an Gott Leichter nicht deswegen Weil Meiner Meinung nach Ist dies genau Der Beweis dafür Dass er tiefen Glauben an Gott hat Denn Ein Wissenschaftler Sein Leben funktioniert Folgendermaßen Er arbeitet auf einer Theorie hin Und versucht Diese weiterzuentwickeln Und Alle Zweifel Die an dieser Theorie Am Wahrheitsgehalt Dieser Theorie Nageln könnten Versucht er Zu beseitigen Und genau Das Sehen wir Bei seinem Glauben an Gott Dass er immer weiter Hinein forscht Sich selbst hinterfragt Und gewisse Dinge Durch Experimente Durch neue Erkenntnisse Auch aus seinen Forschungsarbeiten Angleichen Anlehnt Und deswegen Verändert sich der Glaube An Gott Von ihm auch So kommt es Dass er Drei Jahre vor seinem Tod Sich selbst als Agnostiker Bezeichnet Ich zitiere In meinen Extremsten Gedanken War ich nie Ein Atheist In dem Sinne Dass ich die Existenz Gottes Und das ist genau Der entgegengesetzte Glaube Charles Darwin sagt Ich kann Mich keines Sehen wir Aber vielleicht nicht Eingesehen Meine Frage an dich War er wirklich so ein radikaler Atheist Atheist Ja danke Ein Außenseiter Und das ist Wir sehen, dass aus diesem Zitat ganz eindeutig wird, dass er den Gott der Theologen und der christlichen Kirche meinte, den er für tot erklärt. Und vor diesem Hintergrund ist auch eine andere Aussage zu verstehen, die in seinem letzten Werk niedergeschrieben ist, in dem Werk Eko Homo. Und dort sagt Nietzsche, Gott ist eine faustgrobe Antwort, eine Undelikatesse gegen uns Denker, im Grunde sogar bloß ein faustgrobes Verbot an uns. Ihr sollt nicht denken. Und das heißt, der Gott, der ein Hindernis darstellt, für die Menschen zu denken, ist eigentlich der christliche Gott, mit dem er aufgewachsen ist. Und mit dieser Einschätzung von ihm bin ich völlig einverstanden. Denn die Glaubensvorstellung des christlichen Gottes, die damals präsentiert wurde, ist absolut nicht akzeptabel. Im Gegensatz dazu sehen wir, dass der Islam einen lebendigen Gott präsentiert. Einen Gott, der sich zeigt, der sich auch durch seine Natur zeigt. Und diesen lebendigen Gott gilt es zu erfahren. Und für den Muslimen und für den Gläubigen im Islam ist es kein Hindernis, an Gott zu glauben und gleichzeitig Fortschritte zu machen und seine Gedanken frei zu entwickeln. In der Tat ist es so, dass der Glaube für den Muslimen eigentlich erst nur dann vollständig wird, wenn er über die Natur, über die Schöpfung Gottes nachdenkt und nachsinnt und so dann praktisch zunimmt in Gottes Erkenntnis. Zurück nochmal zur Nische, wenn man weitere seiner Werke betrachtet, geht auch dann eindeutig hervor, oder man stößt auch auf den Punkt, dass er die Existenz eines Gottes nicht per se ablehnte, sondern es geht sogar hervor, dass er sogar an seiner Gottlosigkeit litt. Dazu habe ich ein Zitat aus seinem Buch, also sprach Zarathustra und es ist wieder zu finden im Lied der Schwermut. Und dort sagt er, euch allen, die ihr am großen Ekel leidet, gleich mir, denen der alte Gott starb und noch kein neuer Gott in Wiegen und Bündeln liegt. Das heißt, er leidet praktisch regelrecht daran, dass der alte Gott gestorben ist, aber weil er keinen neuen Gott kennt oder sich damit nicht beschäftigt, ist er halt einfach zu dem Schluss gekommen, dass Gott tot ist. Und zusammenfassend kann man sagen, dass er halt kein lupenreiner Atheist gewesen war und all seine antithestischen Aussagen eigentlich gerichtet sind gegen die christliche Vorstellung eines Gottes. Und man könnte auch sagen, wenn er sich mit dem islamischen Gott beschäftigt hätte oder mit dem Gottesbild, das der Islam präsentiert, sich auseinandergesetzt hätte, dann wäre er sicherlich zu ganz anderen Schlüssen gekommen. Ja, vielen Dank, Savik. So viel zu Nietzsche. Shai, nochmal zurück zu dir. Man behauptet heutzutage, dass Wissenschaft und der Glaube an Gott nicht unter einem Nenner zu bringen ist. Meine Frage an dich wäre, gibt es auch Leute, oder es gibt ja sicherlich auch Leute, die das schon eigentlich unter einem Nenner bringen würden? Ja, tatsächlich gibt es Wissenschaftler, für die das beides zusammen einhergeht. Beides bildet eine Parallele und die sind nicht voneinander trennbar. Ich möchte das an dem Beispiel von dem weltberühmten Wissenschaftler Albert Einstein festmachen. Und zwar lebte Einstein von 1879 bis 1955 und eigentlich bedarf er keiner Vorstellung. Deswegen nenne ich kurz seine berühmtesten Werke. Und zwar die wichtigste Entdeckung von Albert Einstein kennen wir als die Relativitätstheorie. Sie beschäftigt sich damit mit der Gravitation von Raum und Zeit. Und 1922 erhielt Albert Einstein den Nobelpreis für Physik. Und für Albert Einstein ist, Erschlan, das Paradebeispiel für einen Wissenschaftler, der den Glauben an Gott, Religion und Wissenschaft dermaßen schön miteinander verknüpft, dass er seinesgleichen sucht. Ganz klar sagt Albert Einstein, Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft blind. Also hier seht ihr eine Konkurrenz zwischen den beiden, eine Symbiose, die unzertrennbar ist und die immer zusammen einhergehen müssen. Albert Einstein war den größten Teil seines Lebens auf der Suche nach der Weltformel. Also etwas, was ihm erklären würde, was unsere Existenz zu bedeuten hat. Was hält unsere Welt zusammen? Und warum bestehen wir eigentlich? Und auf der Suche nach dieser Formel konnte er nicht die Entdeckung seines Lebens machen und seinen Traum wahr machen, dass er die Weltformel entdeckt. Aber stattdessen ist er einer geheimnisvollen Macht begegnet. Eines unerklärlichen Dingen, die auf der Welt da sind, aber die nicht durch Wissenschaft zu erklären sind. Etwas Mysteriöses. Und Albert Einstein gab sich damit zufrieden, dass er genau seine Zufriedenheit in diesem Mysteriösen fand. Dass er genau das Geheimnisvolle als praktisch sozusagen seinen Gott bezeichnete. Ich zitiere, Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Also das Zitat geht noch weiter, aber an dieser Stelle möchte ich einhaken, weil er beschreibt wieder, dass Religion und Kunst und Wissenschaft zusammengehören und dass man darin, die geheimnisvollen Dinge, die in diesen beiden zu finden sind, dass da eigentlich der Genuss des Menschen drin liegt. Wer dies nicht erlebt hat, scheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Zu empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist unerreichbares verborgen sei, dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. Also hier ganz klare Definition für Religiosität, nämlich das Forschen und das Suchen nach neuen Erkenntnissen ist die Wissenschaft. Aber das, was dann das Ergebnis, das Resultat von diesem Streben nach etwas Neuem den Menschen zukommt, das nennt er Religiosität. Und der wahre Genuss, den ein Wissenschaftler empfängt, empfährt, ist nämlich dann, wenn er etwas entdeckt, wenn ihm etwas Neues, eine neue Erkenntnis zukommt. Und genau das nennt er Religiosität. Und genau deswegen sind diese beiden für ihn nicht voneinander zertrennbar und müssen immer zusammen einhergehen. In diesem Sinne, sagt er weiter, bin ich religiös. Er bezeichnet sich selbst als tiefreligiösen Menschen. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seienden in Demut ein Mattes Abbild geistig zu erfassen. Also hier formuliert er seinen Lebenssinn, nämlich er betrachtet sich selbst als jemanden, der sein Leben lang versuchen muss, seinen Teil aus dieser Wissenschaft herauszubekommen und seinen Teil dafür dann zu genießen, die neuen Erkenntnisse, die er dann bei seiner Arbeit macht. Und gemäß diesem Verständnis und diesem Genuss an dem Mysteriösen, an den geheimnisvollen Dingen, die diese Welt uns bietet, diese Wissenschaft uns bietet, die die Religiosität uns bietet, formuliert er ein Weltverständnis, was wirklich alles klarstellt. Er schreibt über sein Verständnis für diese Welt, für die Religiosität, für die Wissenschaft, wir befinden uns in der Lage eines kleinen Kindes, das in eine riesige Bibliothek eintritt, die mit vielen Büchern in verschiedenen Sprachen angefüllt ist. Also ein Gleichnis für die Welt praktisch. Das Kind weiß, also wir Menschen, dass jemand die Bücher geschrieben hat. Es weiß aber nicht, wie das geschah. Es versteht die Sprachen nicht, in der sie geschrieben wurden. Das Kind erahnt dunkel eine mysteriöse Ordnung in der Zusammenstellung der Bücher, weiß aber nicht, was es ist. Das ist nach meiner Meinung die Einstellung auch des intelligentesten Menschen gegenüber Gott. Also egal wie stark man in die Forschung, in die Wissenschaft sich hineinsteigert, was für Erkenntnisse man noch erlangen mag, wie intelligent man auch sein mag und sei es noch so, dass man der intelligenteste Mensch auf Erden ist, man kann Gott nicht erfassen. Also man ist gegenüber Gott, er stellt das Gleichnis des intelligentesten Menschen gegenüber Gott, demnach da, als wäre es ein Kind. Ein Kind ist unwissend, hat kaum Erfahrung und genau deswegen ist für ihn ein gemeinsames Hergehen von Wissenschaft und Religion nicht möglich und nicht trennbar. Also hier drückt er seine Machtlosigkeit aus, dass er sein Leben lang forschen kann, aber trotzdem Gott nicht erfassen kann und dass seine wissenschaftliches Arbeiten darauf hinzielt, Religiosität, Gott und sein Dasein zu verstehen unterstreicht noch einmal, dass für ihn Religion, der Glaube an Gott und Wissenschaft unbedingt zusammengehören. Vielen Dank, Herr Scheidt, für diese Antwort bezüglich Albert Einstein und sein Denken. Das heißt, er war jemand, der dann Wissenschaft und den Glauben an Gott doch miteinander verknüpft hat. Liebe Zuschauer, ich habe mich gefragt, ob es denn auch Atheisten und bekannte Atheisten gibt, die erst im Atheismus waren, aber sich dann doch dem Glauben an Gott zugeneigt haben, indem dieser Wandel stattgefunden hat. Und ich hatte im Voraus bereits vor der Sendung Sazek mit dir darüber gesprochen gehabt, ob es solche Fälle gibt und du hattest es auch bestätigt. Es gibt solche Fälle, die erst im Atheismus waren und dann doch an Gott geglaubt haben. Könntest du das vielleicht jetzt noch mal etwas näher erläutern? Ja, danke schön, Nassar. Es gibt durchaus immer wieder Fälle, wo bekannte und berühmte Artisten dem Atheismus den Rücken zuwenden. Ein Beispiel, was ich heute hier präsentieren möchte, ist der zeitgenössige britische Philosoph Anthony Flew. Er ist am 11. Februar 1923 als Sohn eines methodistischen Priesters in London geboren und obwohl er eine religiöse christliche Erziehung genoss, gab er schon mit 15 Jahren den Glauben an Gott auf. Er studierte dann Philosophie und Geschichte und lehrte dann auch darüber hinaus jahrzehntelang an verschiedenen Unis in England wie Oxford, Reading und Kiel. Am 8. April 2010 ist er dann verstorben. Das heißt, seines Lebens galt er als als ein sehr vehementer Vertreter der davinistischen materialistischen Philosophie, die die Existenz Gottes sehr stark anzweifelt. Er galt als eine Ikone für Artisten und der Einfluss seiner Theorien und seiner Ansichten war auch sehr groß auf verschiedene Religionskritiker, zum Beispiel auch unter anderem der berühmte Antitheist Richard Dawkins. Im Jahre 2004 sorgte er dann für großes Aufsehen, als er dann in einem Interview bekannt gab, dass er doch den Glauben an Gott gefunden hat. Und im Jahre 2007 brachte er dann erschienen sein Buch unter dem Titel There is a God How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind. An dieser Stelle hätte ich vielleicht noch eine Frage. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie kam er zu dieser Überzeugung? Wie kam denn der Wandel bei ihm? Ja, also in diesem Buch schreibt er halt, berichtet er über seine Konversion vom Atheisten zum Deisten und ich habe hier ein Zitat, in dem er das sagt. Er sagt, dass zwei Faktoren für ihn entscheidend gewesen seien. Er sagt, der eine war mein wachsendes Verständnis für die Ansichten Albert Einsteins und anderer wichtiger Wissenschaftler, dass es eine Intelligenz geben müsse, die hinter all der Komplexität des physischen Universums steht. Das heißt, das Argument, dass es halt ein höheres Wesen geben muss, der halt die ganze Erde mit all seiner Komplexität erschaffen hat, mit all ihrer Komplexität erschaffen hat. Der zweite Faktor, sagt er, war meine eigene Erkenntnis davon, dass die Komplexität selbst, die viel komplexer ist, als das physische Universum, nur erklärt werden kann, wenn man eine intelligente Quelle annimmt. Das heißt, auch hier sagt er wieder, dass es eine höhere Instanz geben muss, die halt die ganze Erde und die ganze Schöpfung halt zustande gebracht hat. Und das war halt ein Beispiel dafür, wie auch berühmte, überzeugte Artisten halt den Glauben an Gott finden. Vielen Dank, Savik, für diese Antwort. Rana, nochmal zurück zu dir. Stephen Hawking, wenn wir über Persönlichkeiten sprechen, müssen wir auch über ihn sprechen. Stephen Hawking wird in der heutigen Zeit als der Nachfolger von Newton und Einstein unter anderem gehandelt. Auch ist er aufgrund von seinen Büchern wie eine kurze Geschichte der Zeit, welches ein Weltbestseller war, populär geworden. Kannst du vielleicht nochmal auf Stephen Hawking etwas eingehen und sagen, was er denn bezüglich der Existenz Gottes gesagt hat, gedacht hat und gelebt hat, vor allen Dingen? Ja, natürlich. Aber bevor ich auf die Frage eingehe, welche Beziehung er in seinen Büchern auf die Existenz Gottes eingeht, wie er darauf eingeht, möchte ich davor noch kurz zu seiner persönlichen Beziehung zu Religion was sagen. Denn wenn wir seine Aussagen betrachten, dann sehen wir, dass er sich von der Religion eigentlich distanziert, weil er an fundamentalen Glaubensartikeln, sage ich jetzt mal, dass er diese abstreitet, so etwas wie das Leben nach dem Tod, dass er das vehement ablehnt. Denn er sagte so zum Beispiel in einem seiner Interviews, ich betrachte das Gehirn als einen Computer, sobald dessen Komponenten nicht mehr funktionieren, wird dieser aufhören zu funktionieren. Es gibt kein Paradies oder kein Leben nach dem Tod für den Computer, die nicht mehr funktionieren. Also was er damit letztendlich sagt, ist, dass er den Menschen eigentlich schon so etwas sieht wie eine Maschine. Dass sobald eine Maschine nicht mehr funktioniert, nicht mehr funktionsfähig ist, dass sie dann kaputt ist, dass sie sozusagen tot ist, dass sie dann in unserem Kosmos sozusagen nicht mehr existiert. dass der Mensch, nachdem er stirbt, auch kein Leben nach dem Tod mehr hat. Aber wenn wir jetzt dann auf seine Bücher hingehen und auf die Thematik der Existenz Gottes in seinen Büchern nachlesen, dann sehen wir, dass er sich persönlich zwar als eine neutrale Person outet, aber Aussagen macht, die dann doch ein großes Aufruhr in der Bevölkerung auslösen. Denn er sagt über sich selbst, er sagt, wer wissen will, ob ich an Gott glaube, wird in diesem Aufsatz keine Antwort finden. Also es ist immer bezogen auf seine Bücher. Er sagt weiter, mir geht es vielmehr um die Frage, wie sich das Universum verstehen lässt. Welchen Status und welche Bedeutung hat eine große vereinheitliche Theorie, eine Theorie für alles? Also er ist eigentlich nicht daran interessiert, den Beweis Gottes zu liefern oder den Gegenbeweis Gottes zu liefern. Er ist vielmehr daran interessiert, das Universum an sich zu verstehen, es erklären zu können, indem er versucht, eine Theorie aufzustellen, die alles erklärt. Wobei ich hier kurz anmerken muss, dass er in seinem aktuellsten Buch, Der große Entwurf, eine solche Theorie uns bietet und dazu auch paradoxerweise die Stellung einnimmt, dass man keinen Gott braucht. Aber bevor ich auf das Buch, Der große Entwurf eingehe, möchte ich nochmal kurz auf seinen Weltbestseller, Die kurze Geschichte der Zeit, eingehen. In der redet er darüber, dass die Wissenschaftler es geschafft haben, über die Zeit, sich ihre Theorien so weit zu entwickeln, dass es ihnen möglich ist, das Universum gut zu erklären. Dass man heutzutage annehmen kann, dass es einen Gott geben muss, der sozusagen durch die Naturgesetze das Universum weiterentwickeln lässt, aber nichts macht, was gegen die Naturgesetze sprechen würde. Also er schreibt zum Beispiel weiter dann, es wäre immer noch Gottes Aufgabe gewesen, das Ohrwerk aufzuziehen und zu entscheiden, wie alles beginnen sollte. Wenn das Universum einen Anfang hatte, können wir von der Annahme ausgehen, dass es durch einen Schöpfer geschaffen worden sei. Also an dieser Stelle, bevor ich den Zitat weiter fortführe, hat er eigentlich in seinem Buch durch diese Aussage einen Beweis für die Annahme, dass es Gott geben muss, uns geliefert. Was er aber im nächsten Schritt macht, was er öfters in seinen Büchern macht, ist, dass er dann versucht, ein Gegenargument zu bringen, dieses Argument der Existenz Gottes zu widerlegen oder zu entkräftigen, indem er dann einfach weiter sagt oder sein Argument bringt. Er sagt nämlich, doch wenn das Universum wirklich völlig in sich selbst geschlossen ist, wenn es wirklich keine Grenzen und keinen Rand hat, dann hätte es auch weder einen Anfang noch ein Ende. Es würde einfach sein, so wäre dann noch Raum für einen Schöpfer. Also er wirft dann die Frage, wäre dann noch ein Raum für den Schöpfer, aber die Frage ist ja belanglos, weil er an einer anderen Stelle, das Gegenargument für die Existenz Gottes, wo er das anbringt, dass er selbst schon die Antwort drauf gegeben hat. Er schreibt nämlich an einer anderen Stelle, ich glaube immer noch, dass das Universum einen Anfang in der realen Zeit hat, nämlich der Urknall. Er sagt schon selber, er vertritt schon selbst die Stellung, die Meinung, dass das Universum einen Anfang hat. Deshalb braucht man gar nicht mehr darüber reden, wie denn das Universum keinen Anfang aber kein Ende hat. Er braucht diese Frage gar nicht stellen. Damit tut er eigentlich vielmehr nur den Leser verwirren, irritieren. Er beharrt aber immer stets darauf, dass er meint, dass er durch seine Theorien möglichst alles erklären kann. Und sobald er der Meinung ist, dass er alles erklären kann, sagt er, dass man dann Gott nicht mehr braucht, weil ich ja alles erklären kann. Aber dann kehren wir immer wieder zu den Fragen zurück, woher stammen denn die Naturgesetze? Oder warum gerade diese und keine anderen? Ich habe gesehen, während deiner Antwort haben sich bezüglich Stephen Hobbing auch einige Fragen entwickelt. Ich darf Sie als erstes alles erklären? Damit meine ich Emotionen oder Gefühle. Eine gute Frage, aber bevor ich die Antwort auch darauf gebe, Naturgesetze auch Emotionen oder Gefühle erklären können, möchte ich kurz darauf eingehen, ob Naturgesetze in der Lage sind, überhaupt alles zu erklären. Denn wenn man auch die beste Theorie aufstellen würde, kann man nicht erklären. Nämlich ich möchte hierzu ein Beispiel aus dem Fussball geben. Wir können zum Beispiel heutzutage die Flugbahn eines Balles bei einem Freistoß mit Hilfe von Naturgesetzen wie mechanischen Gesetzen oder den Anfangsbedingungen wie Schusswinkel, Kraft etc. berechnen. Aber den Schuss selbst erzeugen können wir nicht. Also wir haben zwar das Wissen über die Naturgesetze wir können sie beschreiben berechnen aber den Schuss selbst können wir in diesem Beispiel nicht auslösen. Also verlangt dieses Beispiel also in diesem Beispiel ist es notwendig dass wir dann auch so etwas wie einen Fußballspieler hinzuholen der sozusagen das Ganze auslöst der sozusagen die Naturgesetze erst überhaupt zu etwas Wichtigen macht und zu der Frage ob Naturgesetze auch Emotionen oder Gefühle erklären können dazu sagt Stephen Hawking selbst dass Liebe Glaube und Moral gehören einer anderen Kategorie als Physik aus den physikalischen Gesetzen können sie nicht können wir sie nicht ableiten wie wir uns verhalten sollen also das was er damit sagen möchte ist dass die Naturgesetze nicht bei überhaupt nicht nicht mal im fernstem Sinne etwas darüber aussagen können oder durch die Gesetze erklären kann was Gefühle oder Emotionen sind er kann das einfach nicht ich glaube die Antwort ist damit beantwortet eine Frage hat man hier noch ja wir hatten vorhin das Buch erwähnt das aktuelle Buch von Stephen Hawking und dass er dort über die Gottes Existenz redet was sind denn die Hauptargumente die er dafür darlegt ja wenn wir das Buch von Stephen Hawking der große Entwurf wenn wir das lesen und das genau betrachten dann sehen wir dass er eigentlich in diesem Buch an sich die Stellung einnimmt oder versucht zu beweisen dass es keinen Gott gibt aber zur gleichen Zeit merken wir auch wenn wir das Buch gelesen haben dass er an sich an seiner Argumentationsweise nichts geändert hat dass er die Argumente die er früher gebracht hat dass er die gleichen Argumente wiederbringt bloß aus einer anderen Perspektive denn wir hatten ja vorhin die Warum Fragen und genau die gleichen finden wir auch wieder in seinem Buch nämlich er schreibt er schreibt nämlich die Naturgesetze sagen uns wie sich das Universum verhält aber sie antworten nicht auf die Warum Fragen die wir am Anfang dieses Buches gestellt haben warum gibt es etwas und nicht einfach nichts warum existieren wir warum dieses besondere System von Gesetzen und nicht irgendein anderes also er selbst stellt wieder diese Warum Fragen um sozusagen darauf hinauszugehen dass es Gott gibt indem er wieder das Argument für den Beweis Gottes bringt er schreibt nämlich weiter manch einer dürfte auf diese Frage wohl antworten ein Gott habe beschlossen das Universum der Gestalt zu erschaffen es ist vernünftig zu fragen wer oder was das Universum geschaffen hat doch wenn die Antwort Gott lautet wird die Frage lediglich verschoben zu jener wer Gott erschaffen hat indes gilt in dieser Sichtweise als akzeptiert dass es eine Instanz gibt die keinen Schöpfer braucht und die heißt Gott dieses Argument wird als das der ersten Ursache oder als kausaler Gottesbeheit bezeichnet also wie wir sehen hat er wie vorhin schon einmal wieder einen Beweis für Gottes Existenz geliefert oder er beschreibt die Sichtweise von Menschen die an Gott glauben und warum sie an Gott glauben auch wenn sie die Naturwissenschaften nicht so verstehen wie Stephen Horning sie versteht aber er versucht wieder wie wie an anderen Stellen wieder ein Gegenargument zu bringen indem er weiter schreibt wir behaupten jedoch dass es möglich ist diese Fragen ausschließlich in den Grenzen der Naturwissenschaft und ohne Rekurs auf göttliche Wesen zu beantworten also diese warum Fragen warum existieren wir und die gleichen dass er dann wieder das Argument bringt ich kann doch meine Theorien alles erklären also brauchen wir keinen und wenn wir nun überlegen oder aus dem Buch weiterhin entnehmen warum oder wie er versucht das alles zu erklären schreibt er oder sein Hauptargument ist spontane Erzeugung ist der Grund warum etwas ist und nicht einfach nichts warum es das Universum gibt warum es uns gibt es ist nicht nötig Gott als den ersten Beweger zu bemühen der das Licht entzündet und das Universum in Gang gesetzt hat also hat er wieder sozusagen ein Gegenargument gebracht aber wenn wir mit unserer Vernunft und mit unserer Logik arbeiten dann kann man sich ja nicht zufrieden geben wenn man die Antwort darauf bekommt warum existiere ich dass man auf die Frage warum ich existiere man sagt du bist eine spontane Erzeugung denn er kann das er kann das zwar in seiner Theorie erwähnen er kann das vielleicht versuchen zu erklären aber es bleibt immer nur eine Theorie in der Praxis erleben wir das nicht und er kann es auch nicht beweisen denn er schreibt in dem Buch dass er hofft dass in Zukunft seine Theorie durch Beobachtungen bewiesen wird aber bis jetzt konnte er obwohl er die Stellung einnimmt dass es kein Gott gibt kann es nicht beweisen deshalb kann man aber trotzdem noch am Ende festhalten dass seine M-Theorie nämlich die Theorie der parallelen Universen kann aber gleichzeitig müssen wir auch annehmen dass in der Zukunft auch andere Wissenschaftler kommen könnten die eine etwas bessere Theorie erstellen die das komplexe System des Universums besser beschreiben können aber an diesem Punkt müsste man sich mal überlegen ist nicht genau das das Argument für den Beweis Gottes dass das System des Universums so komplex ist dass zur jeweiligen Zeit die Wissenschaftler bemüht sind das Universum zu verstehen auch verstanden haben dann ihre Theorien weiter entwickeln aber dass sie dann letztendlich doch nicht fähig sind alles zu erklären denn obwohl Stephen Hawking es für sich beansprucht dass er durch seine Theorie alles erklären kann haben wir gemerkt dass er so etwas wie Gefühle Emotionen gar nicht erklären kann also ist es nicht möglich deshalb finde ich dass den Schritt den die Wissenschaft geht nämlich dass sie versucht alles zu vereinheitlichen dass wie sie zum Beispiel gewiesen hat dass Masse und Energie eins sind oder dass zum Beispiel die verschiedenen Arten von Energien letztendlich eins sind dass wir diesen Schritt weiter gehen und nicht nur bei dem physischen bleiben sondern dass wir jetzt beginnen das physische mit metaphysischen zu vereinen also sprich dass wir das weltliche das materielle mit dem spirituellen verbinden und das geht dann nur dann wenn wir uns mit der Existenz Gottes befassen und diese oder dass wir das Universum so mit dem Gesichtspunkt untersuchen dass es einen Gott gibt und dann durch Gott oder beziehungsweise durch das Universum Gott erklären und nicht andersrum dass wir mit der Einstellung hineingehen es gibt keinen Gott wir brauchen keinen Gott ich muss einen Beweis für nicht dass es keinen Gott gibt das zu beweisen Vielen Dank so viel zu Stephen Hawking Sie kennen das am Ende unserer Sendung haben wir einen weiteren Experten bei uns nachgefragt bei einem Experten und auch heute ist das so der Fall wir haben letztes Mal bereits am Ende unserer Sendung über Persönlichkeiten gesprochen gehabt und hatten den Herrn Tarek Hübsch noch ein paar Fragen bezüglich von verschiedenen Persönlichkeiten gefragt auch diesmal haben wir Herrn Tarek Hübsch gebeten uns zur Verfügung zu stehen und unser Reporter hat Tarek Hübsch in Frankfurt getroffen und über diese Thematik mit ihm diskutiert und was er dann gesagt hat und welche Persönlichkeiten er genannt hat bezüglich der göttlichen Existenz das Interview das wollen wir jetzt uns mal anhören Wir haben hier heute als Experten Herrn Tarek Hübsch eingeladen ich würde Sie ganz herzlich begrüßen in der heutigen Sendung wie Sie wissen geht es um berühmte Persönlichkeiten wichtige Persönlichkeiten der Zeitgeschichte und was diese Persönlichkeiten für eine Gottesvorstellung hatten ich würde Sie bitten welche über welche Persönlichkeit und dessen Gottesvorstellung möchten Sie uns denn heute berichten also ich habe mir einen Muslim herausgesucht der erste muslimische Nobelpreisträger für Physik 1979 hat er den Nobelpreis erhalten und zwar ist es Dr. Abdussalam das ist wenn man sich diesen Titel vergegenwärtigt den er erhalten hatte den Nobelpreis dann ist es natürlich eine große Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts außergewöhnlich macht ihn und das kann man auch in einer Biografie nachlesen sein inniges Verhältnis zu Gott und zu seiner Religion und auch sein Ansatz der erlautet dass man über die Religion über den heiligen Koran mehr von Gott und von der Welt erfahren kann und was für eine genaue Gottesvorstellung hatte er und was macht ihn aus in seiner Gottesvorstellung und gibt es man sagt ja man hört oft dass Atheisten sagen dass Wissenschaft und Glaube sich widersprechen stimmt das denn so das ist ja ein ganz interessanter Punkt den sie hier ansprechen natürlich gibt es die landläufige Vorstellung dass Wissenschaft und Religion nicht konform gehen das ist aber nicht der Fall wenn man sich bestimmte Religionen anschaut zum Beispiel der Islam haben sie da gar keinen Widerspruch darin und wenn man sich jetzt ganz speziell den Abdull Salam den Professor Abdull Salam herausnimmt dann finden wir so viele gute Beispiele darin dass er sogar erklärt dass er über Religion seine Physik seine wissenschaftlichen Forschung erweitern konnte ich habe ja auch sehr interessante Zitate heraus gesucht und zwar wir haben ja den Anspruch über Wissenschaftler zu sprechen deswegen machen wir es heute ganz wissenschaftlich und zitieren auch und das auch in der Sprache der jeweiligen Wissenschaftler also der Abdull Salam hat in Englisch geforscht da haben wir hier einen sehr interessanten Punkt und zwar versucht er darzustellen warum Wissenschaft so notwendig ist beziehungsweise warum Religion notwendig ist für Wissenschaft und umgekehrt er sagt hier also er sagt hier wenn es ein wirkliches Kennzeichen für richtige Wissenschaft gibt dann ist es der Wunsch und das Verlangen wissenschaftlich voranzuschreiten und sich verwundern zu lassen als Wunder zu erleben also sozusagen der Impuls der in Wissenschaftlern steckt etwas Neues zu erforschen etwas Neues herauszufinden dann geht er weiter danach spricht er auch Einstein an Einstein hat von Gott als der Alte gesprochen Er sagt also dass umso tiefer die Physiker in die Welt hineingeschaut haben also in die Materie hineingeschaut in den Kosmos hineingeschaut haben desto stärker waren sie fasziniert und überzeugt davon dass es ein höheres Wesen geben muss also aus der Schönheit dieser ganzen kosmologischen Ordnung heraus hat man daraus geschlossen es muss jemanden geben der dieses perfekte System generiert hat man konnte sich einfach nicht vorstellen dass so ein perfektes System von selbst heraus erschaffen wurde sogar als so renommierter Wissenschaftler wie Abdus Salam wie ein Nobelpreisträger eben und es gibt dazu auch einen sehr interessanten Koranvers den Abdus Salam auch sehr gerne zitiert hat und zwar schreibt er in the holy book of Islam Allah says those ceased also das ist ein Koranvers kann ich jetzt im Deutschen auch erwähnen keinen Fehler kannst du in der Schöpfung des Gnadenreichen sehen so wende den Blick siehst du irgendeinen Mangel so wende den Blick abermals und abermals dein Blick wird zu dir zurückkehren ermüdet und geschwächt also der gleiche Punkt noch einmal also man findet einfach keine Schwäche in diesem System und die Physiker die darauf bedacht sind dieses System bis ins kleinste zu erforschen schauen immer tiefer in die Materien und finden einfach gar keinen Mangel und versuchen das in ihren Theorien eben darzustellen und die Theorien sind ja etwas vollkommenes etwas Perfektes also können diese ganze große kosmologische Ordnung in Theorien verpacken und können daraus eine Einheit schaffen die dann die Physiker gerade die Physiker also diejenigen die auch Materie bis ins Letzte untersuchen Schlussfolgerndes etwas geben muss was dahinter steckt und das ist dann eben etwas Geistiges Ja liebe Zuschauer Sie haben gesehen das Interview von Herrn Hübsch und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung die Sendezeit neigt sich dem Ende zu deshalb möchte ich mich bei Ihnen bedanken an den Gästen hier im Studio Herr Scheidrejas Herr Almanover Herr Sadek und Herr Bord vielen vielen Dank dass Sie heute bei uns im Studio Gast gewesen sind genauso möchte ich mich natürlich beim Publikum bedanken dass Sie hier bei uns heute den Weg zu uns gefunden haben Liebe Zuschauer das Thema heute die Persönlichkeiten verschiedene große Persönlichkeiten was die über Gott gesagt haben war wichtig damit Sie auch den Eindruck bekommen dass diese Thematik nicht einfach ist über die man nicht unbedingt nicht sprechen sollte sondern eine Thematik ist mit der sich auch viele große Persönlichkeiten Forscher Wissenschaftler befasst haben und auch überwiegend zu dem Entschluss gekommen sind dass es einen Gott gibt und das sollte das Denken bei Ihnen liebe Zuschauer anregen nochmal der Hinweis für Sie liebe Zuschauer wie auch in der letzten Sendung bitte geben Sie Ihr Feedback an uns wir würden uns freuen wenn Sie uns Ihre E-Mails schreiben die E-Mail-Adresse sehen Sie wie immer unten am Bildschirm eingeblendet schreiben Sie uns und geben Sie uns Tipps Anregungen Tipps bezüglich der Sendung die nächste Sendung wird im letzten Monat des nächsten Monats Sie kennen das wird die laufen ich hoffe Sie sind bis dahin wieder unser Gast bedanke mich auch für Ihr Zuschauer liebe Zuschauer und verabschiede mich bei Ihnen mit den islamischen Grüßen Assalamualaikum Friede sei mit Ihnen Friede sei mit Ihnen